Herzlich willkommen zum Video mit dem Thema Aussprache von durch. Dieses Video zeigt dir die Aussprache von durch auf Hochdeutsch und du bekommst einen Tipp, wie du die Aussprache üben kannst. Fangen wir an. Zuerst spreche ich durch einige Male hintereinander aus. Hör gut zu. Kommen wir jetzt zur Aussprache. Wenn du Probleme bei der Aussprache von durch hast, dann gibt es einen kleinen Trick, das R zu umgehen. Sprich die ersten beiden Buchstaben DO aus. Sprich die letzten drei Buchstaben ICH aus. Verbinde nun die beiden Teile und sage DURCH. Und hier sind ein paar Beispielsätze mit durch. Heute feiern wir durch. Die Polizei hat mein Haus durchsucht. Er boxt sich durchs Leben. Ich bin durch und durch nass. So, das war dann alles zur Aussprache von durch. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.